Hossa Internet, es sieht ganz so aus, als könne man das neue Call of Duty schon jetzt spielen. Zumindest wenn man ein verhältnismäßig prominenter US-Football-Star ist, dann wird man nämlich als Call of Duty-Partner zu einem Event eingeladen, auf dem man das neue namenlose Call of Duty jetzt schon spielen kann. Davon gibt es auch einige Beweisbilder, denn diverse Football-Spieler wie unter anderem Riley Ridley, M'Keele Harry und Tajay Sharp haben Fotos gepostet, wo sie auf einem Privatevent zu sehen sind und dann mit anderen Sportlern und Influencern zusammen dieses neue namenlose Spiel ausprobiert haben. Wir wissen nicht, welches Call of Duty das werden wird. Fest steht nur, dass auf jeden Fall der Entwickler Infinity Ward für das Call of Duty, das im Herbst 2019 erscheinen soll, zuständig ist. Viele Gerüchte deuten jetzt auf Modern Warfare 4 hin und es ist zufällig auch gerade ein vermeintlicher Logo-Reveal passiert. Aber das Ganze hat sich dann relativ schnell als ein Fake herausgestellt, denn diese Animation ist einfach nur zusammengebaut aus Animationen beziehungsweise aus Motiven aus dem Call of Duty Ghosts Intro. In einer aktuellen Reportage erhebt das Magazin Polygon schwere Vorwürfe gegen Epic Games und die Arbeitsbedingungen rund um Fortnite. Polygon hat mit mehreren aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern aus unterschiedlichen Sektionen bei Epic gesprochen und die zeichnen ein Bild von horrenden Überstunden und einer toxischen Arbeitsatmosphäre bei Epic Games und all das wegen dem großen Erfolg von Fortnite. Da ist die Rede davon, dass 60 Stunden Wochen die absolute Norm geworden sind, einzelne Mitarbeiter sogar über 100 Stunden pro Woche arbeiten, obwohl sie das offiziell nicht müssten. Wer allerdings nicht bereit ist zu Überstunden, der habe keine Zukunft und keine weitere Karriere bei Epic Games. Das große Problem an der ganzen Geschichte seien wohl die vielen und schnellen Updates zu Fortnite und die lassen den Entwicklern kaum verschnaufpausen, um mal wieder zur Ruhe zu kommen, was dazu geführt hat, dass der Crunch, den man eigentlich nur sonst nur kurz vor dem Release eines Spiels hat, also diese enorme Arbeitsbelastung, inzwischen zum Norm- und Dauerzustand geworden ist. Ein Firmensprecher von Epic dagegen hält gegen die Reportage dagegen und sagt, dass man zum einen versucht hat, durch zahlreiche Neuanstellungen die Arbeitslast auf mehr Schultern zu verteilen, gleichzeitig aber auch versucht, Drittstudios hinzuzuziehen und dem einzelne Projekte zu geben, damit die bei der Arbeit aushelfen. Zudem gäbe es im Sommer und im Winter jeweils 14 Tage Zwangsurlaub für die gesamte Belegschaft. Frontier Developments, die Entwickler von Planet Coaster und zuletzt Jurassic World Evolution haben ein neues Spiel angekündigt und das heißt Planet Zoo. Wie der Name schon sagt, baut man darin einen großen Tierpark auf, kümmert sich dann nicht nur um die Bedürfnisse der über 50 Tierarten, die diesmal besonders realistisch animiert sind, sondern man kümmert sich natürlich auch um das Management dieses Tierparks und dieser Management-Part, der soll deutlich tiefer gehen, als es beim eher seichten Jurassic World Evolution der Fall war. Erscheinen soll Planet Zoo für den PC auf Steam im Herbst 2019. Wir waren übrigens als einziges deutschsprachiges Magazin bei Frontier zu Gast und konnten das alles schon in Bewegung sehen. Alle Infos dazu lest ihr auf GameStar.de in der großen GameStar Plus Titelstory. Anthem hat mit Patch 1.1.0 nicht nur den neuen Stronghold The Sunken, sondern auch sonst einige sinnvolle neue Features bekommen, als da wären, dass man jetzt endlich auch direkt in der Spielwelt von Bastion sein Inventar verwalten kann. Sonst musste man immer zurück nach Fortasis und dort an der Schmiede rumklicken. Jetzt kann man das auch unterwegs machen und man kann auch nach abgeschlossenen Missionen direkt in der Spielwelt von Bastion immer so eine Schnellauswahl die nächste Mission starten muss, also damit deutlich seltener zurück nach Fortasis und sich dann lange Ladezeiten anschauen. Das sind also sinnvolle Features und das waren auch soweit die guten Nachrichten. Die schlechten Nachrichten sind, dass BioWare im gleichen Atemzug angekündigt hat, dass man ganz schön hinter dem Zeitplan, der auf der Roadmap vermerkt war, hinterherhinkt. Das heißt, viele Features, die eigentlich jetzt für den April geplant waren, die kommen erstmal nicht. Als da wären das Gildensystem, das Mastery-System, diverse Freeplay-Events und außerdem auch Cataclysm, dass ja die Story weiterführen soll. Die Erklärung von BioWare ist, dass man erstmal Bugfixes und Stabilität ins Spiel bringen muss, bevor man sich um neue Inhalte kümmern kann. Wann diese neuen Inhalte kommen, das ist momentan unklar. BioWare will aber im Mai ankündigen, wie es jetzt mit der Roadmap weitergeht. Das umstrittene Towers of Time-System von Mortal Kombat 11 wird überarbeitet. Das haben die Entwickler von Netherrealm in einem Community-Livestream erklärt. Viele Spieler hatten sich darüber beklagt, dass dieses System so gebaut ist, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man mit Mikrotransaktionen besondere Items kaufen muss, um überhaupt noch Fortschritte zu machen und so war das von Netherrealm eigentlich gar nicht geplant. Deshalb will man die Balance jetzt nochmal überarbeiten und laut den Entwicklern von Netherrealm ist es dazu nicht mal erforderlich, dass alle Spieler einen Patch runterladen müssten. Theoretisch könnten sie das nämlich auch serverseitig reparieren. Man sei jetzt schon dran, dieses Problem zu lösen. Nur wann genau es gelöst ist, das wusste man bisher noch nicht. Das war's für heute mit den News. Die nächste Folge gibt's morgen. Bis dahin, weiterspielen!